Mit meinen Eltern und meinem Bruder habe ich 1989 dieses Unternehmen gegründet, hier in Spalt, am Ende der Welt, sagen wir immer, und für uns allerdings das Zentrum der Welt. Und unser Traum war, eine kleine Firma mit vielleicht zehn Spritzgussmaschinen und ein paar wenigen Mitarbeitern zu haben. Das war so unser Vorstellungshorizont. Heute sind wir Marktführer im Bereich Zubehörteile für die Automatisierungsindustrie, haben über 500 Mitarbeitende weltweit. Wir sind wahnsinnig gewachsen, auch in alle Kontinente hinein. Und im Lauf der Zeit mussten wir natürlich uns abwenden von Papier und Stift. Mehr und mehr mussten wir Wege finden digital, schnell und agil in unserem eigenen Netzwerk, also in der Fahrt Unternehmensgruppe, als auch mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Und dabei ist uns Atlassian über den Weg gelaufen, die genau das haben, was wir brauchen, um diese Arbeit von ganz am Anfang eines Projektes bis ganz am Ende digital und kollaborativ machen zu können. Der Umstieg auf die Cloud war für uns ein absolutes Muss, weil unsere Ausfallzeiten immer höher wurden. Wir haben festgestellt, dass die Wartung eines Systems On-Premise vor ein Unternehmen unserer Größe einfach zu kosten und zeitaufwendig wurde. Da haben wir uns entschieden, zusammen mit der Firma Xold ein Migrationsprojekt aufzusetzen und haben über mehrere Monate sehr intensiv gearbeitet, aber sehr erfolgreich. Wir als Atlassian Solution Partner haben Fahrt als modernes und agiles Unternehmen kennengelernt. In den letzten sechs Jahren haben wir mehrere Digitalisierungsprojekte in die Atlassian Tools gebracht, auch die Fertigungssteuerung und die Versandprozesse und Fahrt auf dem Weg unterstützt. Aus meiner Sicht war es erst durch die Zusammenarbeit mit dem Atlassian Partner Xold möglich, die Migration von der On-Premise zur Cloud-Lösung zu realisieren. Besonders, weil die Mitarbeiter von Xold mitten in unserem Team waren und dadurch einen reibungslosen Ablauf möglich gemacht haben. Wir als Xold sind der Überzeugung, dass wir gemeinsam mit dem Team bei Fahrt mit der Cloud-Migration die Grundlage geschaffen haben, weitere Modernisierungen und Innovationen in den Geschäftsprozessen für Fahrt umzusetzen. Wir sind, glaube ich, einer der Ersten gewesen, die den Umstieg auf die Atlassian Cloud in so einem großen Umfang durchgeführt haben. Die Betriebskosten sind gesenkt, die Sicherheit ist erhöht. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bin gespannt, was noch kommt. Nicht nur technisch, sondern auch menschlich. Aber in erster Linie soll natürlich die Cloud-Migration unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern bei ihrer Arbeit helfen und die Prozesse vereinfachen. Und darauf haben wir wahnsinnig viel Lust.